Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und es geht an Schnuffelchen suchen. Und ich sag euch schon mal, die sind nicht leicht in dem Level. Also zumindest das zweite. Das erste ist easy peasy. Rossel, das rosane auch. Aber Schwuffelchen, das schwarze, das ist echt übel. Das ist jetzt tatsächlich für mich Versuch Nummer 2. Um ans Schwuffelchen zu kommen. Bluffelchen kommt voll easy daher. Da sitzen sie alle drei und wir können sie nicht abschießen, denn wir haben ja noch gar keine Eier. Eier, ist das Ei? Ihr könnt auch versuchen, die Dinger da wegzuholen, aber... Das wird nachher ein bisschen leichter und hier kommen ja Eier. Und für Bluffelchen braucht ihr die auch gar nicht. So, Bluffelchen könnt ihr so einsammeln. Und jetzt heißt es bis zur Kurve erstmal eigentlich nur... ...möglichst nicht ständig getroffen werden. Ach, verdammt, Mann! Wie hat sich das Level bitte ausgedacht? So, jetzt kommt auch gleich Schwuffelchen, das schwarze Schnuffelchen. Räumt schon mal ein paar Rote aus dem Weg, die stören nämlich. Und es reicht nicht, das Blaue zu treffen. Ihr müsst... Ihr müsst Ihmchen treffen. Ha! Ich hab ihn! Alter! Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab, aber es war... ...keine Absicht! Nein! Ach, schon wieder so ein Auf und Ab, Alter! Ja, ihr könnt da weiter abschießen. Und gleich kommt Russelchen, das... ...oder, Rosselchen? Das rosa, ne? Schnuffelchen. Und das ist aber relativ einfach, finde ich, persönlich. Da ist es. Das hängt da halt einfach an der Leine. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ins Ziel. Dann haben wir's geschafft. Ich nehme an, die Zeit ist 3.30 Uhr, denn, äh... ...drei Minuten schafft man hier nicht. Ach, der ist auch wieder da. Aber der ist ja schnell, äh... ...hinweggefegt. Der ist ja schnell hinüber. Und die machen wir nochmal kaputt. So! Und das ist auch schon die Zielgerade. Tada! On Time! Wer hätte es gedacht! Also dann, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Yoshi's Craft World. Ich bin Maha Devi. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, holt euch ein Abo. Klingelt die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Also bis dann. Tschüss!